Uuuuhhh Uuuuhhh War das eine Farmerei Ja, äh Torob hat für uns ein bisschen gefarmt also wir haben jetzt ein paar Solarium-Dinger gefunden Ja Er hat leider schon drauf gedrückt Äh, warte mal, jetzt soll ich das falsch gedrückt Äh, warte, warte, warte Hier, wir können, äh ein Update-Mobil an, neu machen Boah, der, der Kasten ist größer geworden Boah, ok Und das war das letzte, ne? Sehe ich das richtig? Hilfe Alter, und das geht richtig schnell Ob das wirklich auch so richtig geht? Siehst du, wenn das Licht angeht Äh, auf jeden Fall Was ich jetzt baue ist auf jeden Fall diesen, äh Das, das, äh, hier mit der Seilbahn Diese Werkbank Das hab ich jetzt erstmal gebaut Hast du gemacht? Ja Weil der Plan ist nämlich Ja, ich weiß, was du machen willst Ja, du, aber der Rest nicht Achso, tschuldig Wo sie die, ähm, Bohrer so schlecht gemacht haben Also das halten sie echt Ja, ich Oder dass man da, da ein Update dafür findet, weißt du? Mhm Kommt ja vielleicht noch Man weiss es ja nicht Ja Kann ja jetzt nicht so sagen, ach ja, hier kommt da noch was und dann Kommt da nix, weißt du? Und dann, ja Ja, ja, also man weiss es halt nicht Am Arsch Am Arsch Sag ich mal so Das Spiel ist halt noch in der Entwicklung, aber Ich bin guter Dinge, dass du da auf jeden Fall was schickes draus machen Ja, aber ich find's cool Genau, das nehmen wir jetzt mal als Plattform Ich geh jetzt gleich mal auf den Planeten wieder Ja Weiter fahren Mach noch was holen Genau, ich werd hier, äh, nebenbei Ähm Oh, das geht ja Na toll Ich baue hier auf jeden Fall nen Turm Ja Kannst du machen was du mischtest Äh, das Lilialium oder was das heißt da, äh Mhm Geht nicht Das, äh, Opsodium Ja Kannst du nicht so schnell bauen Okay Schade Das wär natürlich der Oberburner noch gewesen Ja Aber leider nicht Schade, schade Ähm, machen wir nen Holzturm So ganz klassischen oder Was sagst du? Ja, wie immer Die sind ja von mir, ich hab da nischt Ne, dann komm ich lieber Ja Wieder zu dir Achso, das ist nicht der Planet von uns Äh, hab ich ja gesagt, also das mit den Koordinaten halt leider nicht funktioniert so wie es sein sollte Schade Fand ich hier auch echt schade Fand ich hier auch echt schade, ja So, jetzt muss ich mal kurz gucken, wo der Startpunkt ist Soll ja auch symmetrisch sein Ja, musst du bestimmt gerade machen Ja, das auf jeden Fall, ähm, ich will aber gleich, dass wir Äh, auf dem Turm spawnen, weißt du? Achso Also machen wir jetzt einfach mal, äh Kann man wirklich alles jetzt hier weg machen? Auf einen Hips Wehe Darf ich mal ausprobieren? Machen wir Hui Machen wir einfach mal grob So Sehr geil Oh, das könnte man mal ein bisschen weiter machen Wir machen mal hier so und So Ist ja fe Und dann baue ich erstmal das Tischchen hin, das neue Guck mal, ich hab mal einen Ah, und hier haben wir schon Was? Also ich habe jetzt mal das Tischchen hier hingestellt, ne? Wir brauchen auf jeden Fall jede Menge, äh, Durastal Aber da haben wir eh noch tonnenweise Den? Hm Ach, das ist die Richtung Ah ja Also wir können auch Bremsen einbauen, sowas Also ähnlich wie es mal das schon, also in Minecraft schon gibt Achso, cool Am besten wär hier so ein Gleis Ja, also ich, hatte ich ja, äh, vor, also es wird jetzt, äh, ich werd jetzt hier einen Turm bauen Und wir werden dann wahrscheinlich, hoffentlich, wenn alles klappt, ähm, oben gespawnt Ja Auf dem Turm, so, dass wir gleich bis rüber fliegen können Ja, das stimmt Ich hoffe Und jetzt wird's hier wieder dunkel Du musst hier Fackeln machen Oder dich Als Knicklicht benutzen Ja Mich selbst als Knicklichter Ja Ja Dann brauchst du irgendwie noch Hilfe oder so, oder was brauchst du? Ähm, ich bin mir unschleißig Wenn du willst, kannst du ja mal nach der Mission gucken Ob da jetzt irgendwas Neues ist, weil jetzt haben wir ja den neuen Also die, das neue Ärzte, irgendwie Jaja, ich würd jetzt noch, äh, ja, ich würd jetzt, äh, das wollt ich ja machen, siehste Fällt mir grade eben ein Ähm Wo hab ich dafür? Was hab ich das? Hier die neuen Waffen, äh, die neuen Rüstungen will ich machen, hier Ja, das kannst du gerne machen Ja, aber du brauchst ja das Zeug dann auch Ich brauch's dann auch irgendwann, ja Ja Das war das vielleicht gleich so Ich brauch das erstmal hier bloß grob Ich weiß halt auch nicht, wie hoch ich jetzt den Turm setzen muss Weiß ich auch nicht Wofür muss ich da für Holz formen Definitiv Und musst du da? Holz noch Bisschen formen Wollen wir uns voll unterhalten haben, ne? Holz brauchen wir kein's mehr Wer hat das gesagt? Ich, pfff, das kann ich dir ja, wiss ich jetzt auch nicht genau Ah, das, äh, Violett ist ja das letzte, wie ich so sehe, wa? Mh, genau Also mit dem Solarium können wir das Violett noch steigern auf Imperium, oder wie das heißt? Ja, und da kann ich, äh, Imperium, ja das brauchen wir jetzt, weil das andere ist ja, äh, sind ja die schwachen Dinger auf deutsch gesagt Ja, genau Und das Dings haben wir jetzt, äh, da kriege ich jetzt, äh, insgesamt, nur 14 Dinger raus Okay, das ist ein bisschen wenig, ne? Ja Überleg jetzt gerade, soll ich jetzt hier schon die Rüstung machen, oder warte ich jetzt auf dich? Ähm, einfach, wie viel haben wir denn? 14 Stück 14 Na, die reicht eh nicht ganz, ne? Wir werden ja bestimmt vielleicht 20 brauchen, insgesamt Ja, warte mal, ich guck gerade Ich könnte jetzt hier ne Waffe machen Die kostet 12, aber das brauch ich nicht, ich hab ja meine Axt Ähm Da Richtig, ähm, wir brauchen, für die Hose brauchen wir 4 Mhm Für die, äh, für den Kopf auch, äh, brauchen wir 6, da sind wir schon bei 10 Ja Und bei dem Rumpf brauchen wir auch 10, dann insgesamt 20, ja Ja Insgesamt 40 Genau, für uns wird halt da Ja Wollen wir das nicht irgendwie einen 3D Printer irgendwo reinwerfen? Die Wars? Das wäre ja frech, dann brauchen wir ja gar nichts mehr fahren Ganz schön Probieren kannst du es Okay Hilfreich wärs auf jeden Fall Ja Ja So, das ist sehr geil Die, die, das Tally hier Ich hoffe das reicht jetzt einfach von der Höhe Hier bei der Raffanie Ich probiere gerade einfach mal hier die Violett Dinger oder so einfach mal in der Raffanie Ja Geht nicht Geht nicht Ne Ich krieg keine Pixel Na dann wirds, ähm Nur für, für Dings sein Für die einfachen sein, ja Was? So, jetzt geh ich wieder hoch Okay, dann packe ich das jetzt erstmal da rein Ich brauche das jetzt so ein bisschen in den Berg rein Hä? Ich brauche jetzt hier den Turm ein bisschen in den Berg rein, das könnte vielleicht ganz cool aussehen Im Berg rein? Ja, so ein, so ein halb bis, so ein bisschen mit drin halt, ja Ja, so ein, so ein halb bis, so ein bisschen mit drin halt, ja So, haben wir das Ähm, wenn du willst kannst du mir mal so irgendwann Türen bringen oder so Ja, mache ich gleich, ich tue gerade noch was probieren Ah, hier sind wir aber gut schnell weggekommen, äh, äh, äh Ja, das stimmt Oh doch, kann jetzt wieder noch welche machen Kann ich machen? Ja Hast du noch in deinem Inventar, die, wie, violetten Bällchen? Äh, nein Die müssen alle, alle in der Kiste Ja, da müssen wir mal welche sammeln, weil Durch die kriegen wir Das Imperium oder so, ne? Ja, das Imperium, ja Und das mache ich gerade, da vier Was hatte ich gesagt, 14 Stück hatte ich letztens Äh, jetzt kriege ich vier, äh, sieben Stück noch raus Ja, deswegen Jetzt mal die Dann, die können wir auf jeden Fall in der Farmrunde machen, das stimmt Ja Guck mal hier, weil Wie kompliziert das ist, wenn du jetzt so einen großen, äh, Dings hast, ne? Mhm Also hier, so einen großen Geltungsbereich mit dem, mit dem Oschi-Ding Ja Ist erstmal ungewohnt Ja Ah, das siehst du wirklich Okay, das haben wir Okay, krass Okay, krass 500, 200, huiuiuiui Ganz gute Waffen hier zu bauen, wie ich hier sehe Mhm Da kann man bloß hoffen, dass noch vernünftige Missionen kommen Sonst wird's natürlich auch, äh Ja Und dann heißt es für uns dann einfach dann, n Was ist denn das? Oh Gott Power-Twinter Aha Äh, im Schiff das Ding? Nein, nein, ich bin gerade woanders Okay Ist ja fett Äh Das ist ja mal fett Aber wie sehe ich denn überhaupt aus? Mittag Äh Macht der jetzt so hier Ah, der macht es nicht So, jetzt probiere ich erstmal und gucke erstmal, wo war gespronged Hier Geil Bei den Ehen kannst du Rüstung machen Mhm Da hast du ein Felm Äh, Clow, äh Clow, road Head Ah, da siehst du aus wie ein Skelett Ah, okay Ja, okay Ja, jeder hat was anderes sehe ich gerade Was ist denn eigentlich, äh, was ist denn das eigentlich hier, die, äh, der Blitz, was soll denn das Blitz bedeuten? Das ist deine Energie, wenn du zum Beispiel zaubern willst oder sowas Ja, der hat dann da 200 noch was Oder so reichlich Ja, für Ei, äh, für den Hut Mhm Dann kriegst du nochmal 150 für die Hose und dann kriegst du nochmal 370, äh, 370 nochmal für, äh, Dings Ah, okay Ja Sehr interessant, äh, muss man ja mal so sagen Nein, nicht zu wenig gebaut Mal wegen Waffen, was der hier hat Da, wo du hier die, die Zauberdinger gemacht hast Ja Die sieht ja aus, ey Deswegen so viel Du kannst eben auf Magier machen, das ist ja, gell Und das, das finde ich halt auch eine richtige Lösung Mann, hast du, äh, äh, manche Dinger hier, aber da siehst du aber nicht den Scharen Das ist das Problem Männchen Siehst du, was ich meine? Mhm So Jetzt will ich erstmal das hier fertig machen Wollen wir jetzt hier noch ein Fenster rein, zack Wollen wir hier noch ein Fenster rein Jetzt die Diamantbohrer schon gemacht, oder? Nee, die, ähm, habe ich alles in die Kiste geschmissen, vorerst So, könnte man das hier vielleicht dran bauen Das könnte funktionieren Ich komme jetzt erstmal kurz den Dora-Stahl holen Ja, warum läuft denn das Wasser hier nicht ab? Bei unserem Garten Ähm, wie gesagt, den Fehler habe ich auch noch nicht so richtig verstanden Ja, dann werde ich mal was machen Also von der Höhe könnte das sogar echt funktionieren Der Bike zwar hier ist ein bisschen schwierig Das Ding ist, wir brauchen auch noch viel mehr, äh, von diesen Blue-Tag-Dingern, ne? Mhm Weil da habe ich schon an sich eine Idee Ist zwar wieder ein bisschen cheaten, aber wenn du die anders nicht herkriegst Was willst du nur machen? Ich habe einfach überlegt, wenn, wenn es jetzt gar keine mehr geben sollte Wie sieht, was mir trotzdem im Garten passiert Wann du wieder zurück? Ja Äh, einfach einen neuen Charakter erstellen, wirst du, und dann Die Mission nochmal neu machen Achso Ist zwar Sackgang, aber Na, warum willst du die sonst nicht herkriegen, wa? Scheiss, ja Ja, ja, ich weiß, was du willst Hm Mal hier einen Abfluss machen Oh Ja, das geht Geil So, probieren wir das mal Zack, 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 zack Also von der Höhe könnte der echt reichen Der Turm Ja Wurde knapp, aber So So Na doch, das reicht auf jeden Fall Was? Sieht ein bisschen aus wie eine Kirche, ist ja lustig Ist ja geil Wölfts Wasser ab? Ja Okay Stoppt Okay Okay Sehr krass Die Frage ist Die Frage? Was die einzelnen Sachen machen Achso, ach, das ist wenn du Aber wir wollen eigentlich rein, theoretisch schon mal etwas in eine Richtung, ne? Ja Äh So was haupt mich hier Das regnet gut, ich kann es gut Wir brauchen bestimmt tonnenweise von den Galumpe So, jetzt werde ich gleich noch was anbauen So, jetzt werde ich gleich noch was anbauen Läuft das hier ab und dann passt das Ja Es wird natürlich ein spannendes Experiment auf jeden Fall Ja, probieren geht über studieren Ja Wie jetzt gerade hier auch romantieren Auf jeden Fall werde ich wohl den ganzen Durastall missbrauchen müssen Nein Aber die können wir ja zum Beispiel wieder farmen In so einer lustigen, äh, in so einem lustigen Livestream Ja Wie wir es ja schon längst geplant hatten Ja Du stehst rein theoretisch am Haus, ne? Ich stehe noch am Haus, ja Ja Wieso? Ja, damit ich weiß wie weit ich muss, sogar Ja, ich tue gerade gucken Das Wasser läuft ab, das ist cool Ja, das Wasser läuft ab Oh Gott, das wird 100% nicht reichen, ey Mal was testen, ob das Wasser wirklich komplett... Ja, das läuft komplett ab Okay Hä, warum hat der aber aufgehört? Okay, die Hälfte haben wir schon mal geschafft Über den hohen Berg sind wir rüber, gut Dann haben wir ja... So, gucke ich mal einfach mal hier... Tut 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 Wie sieht der so aus? Ich komme mal rüber geflogen Verstehe nur nicht, warum der mich jetzt hier runter geschmissen hat Aber dann können wir gleich testen, wo wir jetzt äh Gespawnt werden Ja doch ganz unten, schade eigentlich Naja, den Turm müssen wir halt hochkriechen, ne? Aha Ups, das stört ja soweit nicht Jetzt laufen zwar auch Monster auf der Leitung lang Und es wird dunkel Da ist Ballon hier, ey Aber ich hab ne geile Idee Wenn das wirklich klappt mit dem Dings Jetzt würde ich äh, unten rum Alles mit Lava machen Naja, es könnte ein bisschen viel werden Weil das ist schon ne ganz schön Ecke, ne? Was wir mal da gar latscht sind Ja, ich will es aber trotzdem Wenn das wirklich klappt Ding ausleuchten, wirst du? Ja Ich weiß noch nicht, ob man ein Fackeln vielleicht an das Ding ranhängen könnte, wirst du? Äh, da ist er Da ist er Da ist er Da ist er Hi Kann man schon einsteigen? Äh, dazu brauchen wir ja den Blueprint Und das finde ich halt so ein bisschen schade Also dieses Blu-Tech-Gedöns Hast du das nicht? Hast du da noch eins, oder? Ein, ein einzelnes habe ich ja Ja, nimm doch das Jaja Aber erstmal muss ich ja die Leistung zu Ende bauen Achso, und ich brauche das dann auch, oder was? Genau, wenn dann braucht das jeder Achso Das ist der große Fehler System Genau Aber ich geh jetzt mal schnell auf meinem Planeten nochmal rüber Ja Äh, und gucke mal, ob neue Questen da sind Ja, das wär günstig Wenn ja, dann Wie weit waren das jetzt weg vom Haus? Boah, du bist bald da Okay Naja, aber bis hin reicht's auf keinen Fall Ne, alle Nö, aber das ist auf jeden Fall Naja, naja, so viel fehlt nicht Boah, ey, das hackt Ich glaube, es hackt Ich bau das jetzt einfach mal und dann, äh Das Besorge ich dir auch noch eins Mal sehen Mal gucken So, über das F drücken? Alter, geht das schnell Also mit dem Schwung, den du hier draufkriegst, ne, bist du fast am Haus Lohnt sich auf jeden Fall Also Was brauchen wir am Bruteprint, ja? Äh, na, diese, diese, diese Chipkarte, ja Aber wir haben ja auch noch zwei Quests offen Äh, immer der die Gitarrenseite will und immer das Mondemblem Ja, aber wo kriegen wir das mit der Gitarrenseite? Ich versteh nicht wie Das hab ich auch noch nicht so richtig rausgekriegt Aber da kriegen wir auch bloß ne Gitarre und bei der Ach hier doch, bei dem Mondemblem Da wir mal auf jeden Fall reichlich Dungeons durchgucken müssen Das Mondemblem zu finden Das gibt's auf jeden Fall bei diesem Vogel Gucke mal ob das Mond, ne, warte mal Das Mondemblem, geh mal in die Pixelmaschine Äh, in die Pixelmaschine In die In die 3D Printer? Ja Aber da ist auf jeden Fall drunter Nein, dann kannst du da rein machen Ja, ich hab's ja noch nicht Immer, immer brauchen wir's doch Wer ist da? Da hast du doch, hast du doch gesagt Nein, das, das Sonnenemblem hatte ich ja Aber das Mondemblem nicht Ach so Das war die große Fehler an dem ganzen Ding Ich hab hier einen Prozessor, brauchst du da so einen Prozessor, um, äh Der hat den Prozessor auch noch nicht rausgekriegt, was er damit machen soll, ne? Kann ich vielleicht hier noch was bauen? Natürlich nicht Der Pixelkompressor, der ist auch Quatsch, ne? Einer Seite, einer Seite schon, einer Seite nein Ja Ja Dann haben wir, können wir noch hier das, ähm Wo wir die NPCs erstellen können, das können wir noch bauen Ach so, ja, wir können uns Das mit den Hausten, das mit den Hausten haben wir auch noch gar nicht gemacht Nee, das müssen wir noch, wir haben jede Menge noch zu tun Ja, es gibt reichlich zu tun Komm, wir fahren noch mal eine runde Schlitten hier Ja, du Ja, ich probier jetzt einfach mal Ob man da auch Äh, Fuckin im Licht Fuckin im Licht Fuckin im Licht Ja, das funktioniert sogar Also man könnte rein theoretisch auch, äh Aua Ähm Die Leitung aus, ausleuchten Hm So, jetzt hab ich da mal was gebaut Mal gucken, ob das geht Tschu Aber das erinnert ich mal, das baue ich hier weiter rechts ran Ist ja geil Also jetzt hab ich keinen Stahl mehr da Ah, Fuck Ach, okay, das ist eine Art Bremse Oh, einen Krieger haben wir auch Gell Mal bei mir oder mal auf dem Schiff Gucken, komm, ich hab da was gebaut Jo Was ist denn das? Ohne? Ach, du hast das, äh, das Ding gebaut, ne? Da gucke, Katze Ja Ja Ein Affen Glitch Ritter Mensch Achso, von jeder aus kannst du ein bisschen was bauen, ne? Ja, aber was ist das? Äh, Moment? Top in the, äh, sei Oh Gott, ich mit meinem Englisch, ey Mach mal rüber Mach mal rüber, ne? Guck dir das mal an hier Das Ding hier Ja? Das Ding, na da kannst du das Das gab's vorher schonmal Äh, kannst du, äh, Haustiere fangen Das musst du, musst du da mit ein, irgendein Vieh abderfen Da kannst du das als Haustier halten Cool Mhm Das gab's, äh, das gab's vor dem Update schonmal Haben wir aber, glaub ich, nie gemacht Ja Ja, aber, Mann, haben wir ja wieder rechtlich geschafft, ey Ja, haben wir ja jede Menge schon Irgendwo was Neues, missionmäßig Ne Doch Äh, achso, das sehe ich ja wieder nicht Ne, oder? Warte mal, ich guck mal Das Schiff ist auch noch viel zu klein, also Ja, ja Ich hab schon größere Schiffe gesehen Ja, ich auch Ne, hier kann man bloß dasselbe wieder machen Da haben wir auch nichts Neues Seiten, wo soll man die Seiten herkriegen? Ja, das werd ich dann wohl immer googlen müssen Das fehlt auf jeden Fall Geschafft haben wir erst nur soweit alles Ja, wir haben eigentlich soweit Ähm, die Gitarrenseite und das Mondemblem fehlt halt, ne? Ja So Leben ist, das kann wirklich überall sein Ja Denk mal, in den nächsten Folgen werden wir auf jeden Fall Äh, die, also paar Planeten besuchen müssen, ne? Ja Oh ja Oh Wo sind Planeten aus? Haben wir noch Glas eigentlich bei uns gehabt? Äh, ne, wieso? Ja, sonst hätten wir hier ein wenig Fenster an Ich hab auch noch keine Fenster und keine Türen drin, ne? Die Planeten sind hier übrigens groß geworden Boah Was ist immer eigentlich in der nächsten Folge wieder mal Genau Jo Wir informieren uns einfach mal jetzt ein bisschen Jo Äh, wo wir was finden und dann Möchte ich Genau Dann zum Abschluss, äh, fahr ich jetzt hier nochmal mit meinem, mit meiner Eisenbahn Das ist aus A, das guck ich mir einfach dann mal Genau Ne? Okay Mann hört sich Tschüss Jo Tschüss